Der letzte Panzerfaustschütze geht gerade drauf. Ah, er ist schon drauf gegangen. Verdammt! Den Punkt haben wir wohl verloren, denke ich. So ist es immer. Ein Versorgungsfahrzeug, ich schiebe mir mal hier hinten rüber. Das ist nicht so gut. Da wurden wir überrannt. Ja, da wurden wir gnadenlos überrannt. Dann versuchen wir zumindest mal den Punkt E hier einzunehmen. Mit unseren kleinen restlichen Einheiten, die wir hier haben. Die sollen sich mal im Wald hier verschanzen. Schön auch von der Animation her. Irgendwie nach der innen deutschen Grenze aus, ne? Wir müssen jetzt die Grenze überschritten, ohne dass wir irgendwelche Probleme bekommen haben. Aber ich glaube, wenn wir hier nochmal neu starten würden und das Ding hier direkt einnehmen, also hier verteidigen, könnte relativ gut funktionieren. Also könnten wir vielleicht dann, falls wir in zwei erstmal nochmal starten sollten, nochmal versuchen. Wir versuchen jetzt mal den Punkt hier einzunehmen. Ich hoffe, dass hier jetzt, ne? Wobei hier stehen welche. So, und jetzt hier direkt drin verschanzen und hoffen, dass nichts mehr passiert. Okay. Den Punkt hier erstmal einnehmen. Ja, beim Multiplayer wäre das auch ganz cool. Das ist halt auf jeden Fall ein Multiplayer. Okay, das Fahrzeug wurde hier ausgeschaltet. Okay, der ist hinüber. Der wurde selber ausgeschaltet. Oh Gott. Die sind auf einmal her. Oh, also die Einheiten, je mehr Kriegs, also je mehr Erfahrungen sie sammeln und je mehr Gegner sie, äh, unschädlich machen, eher leveln sie auch noch. Oh Gott. Ah, ich glaube, wir haben das Ding jetzt aber, glaube ich, verloren. Wobei, wir haben noch Nachschub, ne? Haben noch Nachschub. Aber auch das sieht irgendwie... Will ich hier nicht irgendwie jetzt reinladen? Das Fahrzeug hier? Aber wir haben zumindest einen Panzer hier. Und eine, ähm... Fahrzeugcrew. Aber ich sehe da im Moment egal, gerade schwarz für uns. Um ehrlich zu sein. Ich werde mal versuchen, den Panzer selber noch mal zu fahren. Okay. Aber Treppen tun wir schon mal. Und eigentlich schießen wir uns hier auch. Ja, jetzt gibt's hier die Panzer-Action. Wo loben wir uns das? Okay. So, vorbei. Hier verstecken wir noch ein paar Einheiten drin. Hallo, wir sind da. Ich weiß nicht, ob der Punkt gehört dann gleich wieder uns. Dann drehen wir uns hier, wenn der nochmal schießen möchte. Bitte. Wie ist das Problem mit? Wer Ärger möchte, kriegt Ärger. Der Panzer ist hier noch funktionssüchtig? Okay, der ist nicht mehr funktionssüchtig. Alles klar. Bin da auf uns. Moment, wo kam der Schuss denn her? Von da hinten, ne? Von ihm hier. Dann machen wir den auch nochmal platt. Oh Gott, er ist ein bisschen besser gepanzert. Hab ich jetzt so viel. Okay. Okay. Ja, aber den kriegen wir jetzt auch nochmal platt. Den kriegen wir auch platt. Die haben ja irgendwo Anti-Tank. Ne, ne? Das war, glaube ich, die Anti-Tank eben schon. Na, ich glaube, der ist jetzt, äh... Der hat nicht mehr so viel Lust. Oh, 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 doch. Er hat noch Bock. Er hat noch Bock. Hey, die Reifen, die müssen doch kaputt gehen, die Reifen hier. So. Okay, der ist hinüber auf jeden Fall. Oh nein, es muss reprägt sein, das Vehikel. Ah, das Fahrzeug ist kaputt. Die Kette. Nein, die Kette ist abgefallen. Stürmt das Ding, Jungs. Stürmt es. So, was haben wir hier noch an Verstärkung? Gehen wir jetzt auch mal mit hier rüber. Gehen wir hier hin erstmal. Genauso wie die hier. So, Jungs, ihr müsst auch in Deckung gehen irgendwo, ne? Sicherheit geht vor. Wo kommen denn die ganzen Gegner her, ey? Wie viel Verstärkung haben die denn bitte? Hey, die haben ordentlich Verstärkung. Oh. Hmm. Wir haben wahrscheinlich auch niemanden da, der das reparieren kann. Ja, das geht nach dem Team wie Wünschen wieder. Los, 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 los. Vielleicht haben wir da irgendwelche Menschen, die das reparieren können. Ich denke, man muss das Ding reparieren können, oder? Oh Gott, ey. Die drehen halt komplett am Rad jetzt. Ja, ich würde ganz gerne die Crew entladen. Okay, das ist ein Schützenfest hier gerade. Ups. Ja. Okay. Ich glaube, ich gebe auf. Eieieieieieieiei. Ja. End of Conflict, Tag 2. Nice. Das war schon empakt, hat zwei Battles gewonnen, wir haben zwei verloren. Hm. Okay. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020